hallo hallo und herzlich willkommen zuletzt endlich mal wieder mein gott und zwar wir testen hier heute eine neue aufnahme methode und auch eine neue map ist die nicht aus groß kräft ich meine die sieht so ähnlich aus egal wir testen eine neue aufnahme methode ihr könnt ja mal schreiben was er meint zu den alten smash folgen diese nämlich noch auf der alten methode gemacht wenn jemand unterschied schreiben wer uns sehr nett weil manchmal weg manchmal bin ich zu inkompetenz zu erkennen jetzt was besser geworden ist oder schlechter also von der qualität ich hoffe ich besser also von handhabung und sowas ist das natürlich jetzt neue aufnahme methode viel einfacher geworden für mich hallo skype selbst schreibt mich an diese fächere natur es ist mir nicht verschnuppt wieso bin ich zurück aus holland hier übrigens wir sind zurück aus holland wie mich noch nicht aufgefallen ist ja nö wir haben ja schon ein paar videos hochgeladen ich habe mich geschlagen aus versehen ich bin level 1 337 liefst mich mal ein bisschen ich suche nach essen gleich ich sehe den anderen typen gar nicht wüsste ach da kann man ein bisschen ich gehe mal auch über zum anderen research lab ich werde von irgendwas geschlagen ach nee vom typen ja ja der auch ich habe ich habe ich habe es wird es nicht außerdem habe ich mir sonst und not installiert ich dachte das ist ziemlich epischer also nicht mal so behaupten also ich finde ihn ewig vor allem wegen dem schlagen also so ach ist das nicht auch wenn man den inventarplatz wechselt ja dann dann kommt auch so ein so ich suche was in meinem rucksack geräusch genau ja den mod kenne ich aber irgendwas mit meinem mein kopf gerade nicht macht doch wie sie ich alles zurücksetzen was enderperlen user mein noob boah alter ich stehe hier mal irgendwas um stell du irgendwas um ein eisenschwert geschlagen warte ich weiß schon gar nicht mehr welche dinge am besten und am schlechtesten waren und so ich hatte gerade ein mega also ich bin richtig für paar sekunden stillgestanden ich habe irgendwie jetzt zehn sekunden normales wird in einer sekunde keine ahnung was hier los ist hau ab hau ab hau ab hab sie überlebt ich wollte den typ abwerfen außer sehen erwischt von mir ein kill mal von mir ja jetzt dürfte alle aufstehen in die hände klatschen und sagen der neue ist er kann nicht genau das wollte ich noch dran hängen aber aber du hast für mich übernommen danke abgabe man ich habe mich aufs sache gebracht jetzt kann mir niemand mehr was wie bist du aufs sache gekommen wo bist du wir hätten jetzt nicht gar nicht und er war aber wo er hat mich wieder unsichtbar geschlagen soll ich bin gerade in den kreis er aufsache mein stemmen renner das ist so fein nicht ab dauerlexis der meine runde renner das ist so far ab 120 fps frag ob die feind oder minecraft was damit los ist also ich verstehe es manchmal auch nicht also es ist mich hier oben ja ja klar warte warte ich bin auch oben hallo genau so bin ich ungefähr auch hier hochgebackt wo ist der typ was der sich gerade bestimmt denkt ich versuche dich mal jetzt hier runter zu lol er angelt er angelt ah wie geil ah bitte 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 ja du bist doch oben oder ja komm sei so fair komm runter du hörst auch für mich zu angeln in für h 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 tippen f h h h h h Missouri h L H Wenn du hier gleich Stoff triffst Ei, Alter! Wow! Ich hab nicht nach hinten geschaut Und ein bisschen hier ist er weg Wir sind die einzigen hier Nee, guck mal Ich bin ausersehnt so nach hinten gelaufen Kennst du doch nicht rum? Wieso regenerieren wir jetzt hier die Map nicht? Finde ich voll scheiße, ey Hier fehlte seit tausend Jahren zwei Eisenböcke Drei Eisenböcke Da hinten generiert sich alles schön Naja, komm her kleiner Mann Ja, die sind daneben nicht Oh, jetzt höre ich hier was Ja, ich bin noch hier Ja, dann komm hoch Wie denn? Keine Ahnung Nein Wieso? Mit dem Video aufm Kopf da Guck mal, trau dich mal näher dran an die Spitze, Freunde Okay Nein Nein Und das mit dem Soundmod fühlt sich so episch an Feier Oh ja Oh ja Oh Ich hab dich getroffen Ja, komm, mach mal Hahaha Hahaha Die sind nun ist irgendwie voll episch Ist so Hahaha 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 Danke Leute, du hast den Bacon kaputt gemacht Ehrlich jetzt gewählt Hahaha Hahaha Jetzt gewickte Scheiße aufm Mensch Okay Ich seh deinen Namen, du Lepp Oh ja Ich seh dich da noch Ich hau ja schon ab Komm, sei so fair, komm runter Ei Bist du gar Hahaha Hahaha Alter Hahaha Jetzt hör auf, man Der komm runter Nee Okay Okay Ich steckst das Schwert weg Ach, ich kann's gar nicht wegstecken Wieso triffst du mich eigentlich und ich dich nicht? Weil können und so Nö, du hast eine höhere Reichweite Und ich hab Level Und ich hab dieses Level hier Ja Ich speak FTV Hi Hallo Nix Pack Pack das Dingeln weg Ich sag's dir Junge, pack das Dingeln weg Hahaha 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 Nie machen Hahaha Hahaha Also jetzt ist eine Minute endet's Also jetzt nochmal epischer Kampf oder Ja Lieber Pussy Mode Keine Ahnung Ich mach drei Leben Ei 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 Puh Hahaha Hahaha Boom Be safe, ich war noch in der Luft Hahaha Kabuuu Ich stand auf dem Video drauf und bin gestorben Boom Wer haut mich? Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö da wie der ja er ist doch der andere typ war irgendwie nur so zwei minuten drauf und hat trotzdem mehr items benutzt in kreuzer feiter der epischsten runden überhaupt alter ich schaue kurz was die mir gibt es gleich also die müsst ihr auf facebook like also wenn du das nicht tut vielleicht nicht ja gut ich denke mal das war es dann mit dieser folge und wir sehen uns dann in einer der nächsten folgen bis dann tschüss gut danke dass du noch tschüss abonnier und kommentieren gleich mal solche werbung machen wir nicht